Präsenzversammlung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, dann die hybride Versammlung und jetzt die reine virtuelle Eigentümerversammlung. Spannendes Thema, dazu haben wir wieder einen Experten in Studio geholt, Rechtsanwalt Michael Schmidt. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Steffen. Ja, ich habe es schon kurz angerissen. Die Entwicklung ist in den letzten Jahren relativ schnell fortgegangen. Wo ist der aktuelle Stand? Was müssen Verwalter perspektivisch beachten? Ja, wir hatten ja die WEG-Reform zum 1.12.2020, das Führungseigentümer- und Modernisierungsgesetz, mit dem ist ja zunächst erstmal die Hybridversammlung eingeführt worden. Das bedeutet also, Präsenzversammlung findet statt, zu der sich dann einzelne Eigentümer online zustalten können. War eine schöne Sache für zum Beispiel institutionelle Anleger, die eben nicht vor Ort in der Eigentümeranlage wohnen oder vielleicht nur vermietet haben oder vielleicht weit entfernt sind. Die konnten sich halt so einzuschalten. Und dann war halt immer die Diskussion, können wir auch eine reine Eigentümerversammlung online stattfinden? Dass also weder der Eigentümer noch der Verwalter physisch präsent an einem Ort teilnehmen muss. Das hat sich natürlich durch die Corona-Pandemie, wo ja tatsächlich eben diese Kontaktverbote waren, wurde ja viel versucht, das zu machen. War aber nach der bisherigen Rechtslage nicht zulässig. Insbesondere, weil man eben befürchtete, dass vielleicht einzelne Eigentümerrechte umgangen werden und das Kernrecht, dieses Auf-der-Versammlung teilnehmen, dann Rederecht ausüben und so weiter nicht wahrgenommen werden konnte. Jetzt hat sich aber doch noch eine weitere Entwicklung eben, wir hatten ja schon mal darüber berichtet, Gesetzgebungsintensive des Bundestages, wo eben beschlossen worden ist, dass auch rein, ohne physische Präsidentspräsenz, eben Eigentümerversammlungen stattfinden können. Und das hat der Bundestag beschlossen im Juli. Das ganze Gesetz musste durch den Bundesrat noch genehmigt werden. Das ist jetzt geschehen am 27.09., also im September jetzt, hat der Bundesrat dem Gesetz 1 zu 1 zugestimmt. Es sind also keine Änderungen mehr vorgenommen worden. Das bedeutet also, dass mit einer Dreiviertelmehrheit jetzt zukünftig beschlossen werden kann, dass reine Online-Versammlungen stattfinden, ohne physische Präsenz eines Eigentümers und ohne physische Präsenz des Verwalters. Ich höre jetzt schon quasi die Fragen im Hintergrund, Dreiviertel beschließen, wir machen eine reine Online-Versammlung. Was passiert mit jemandem, der keinen Internetzugang hat, der es einfach nicht haben will? Gehen wir mal gar nicht davon aus, er kann es nicht, sondern er will es einfach nicht haben. Was passiert dann? Ja, das waren auch meine großen Bedenken, die ich eigentlich immer gegen so eine reine Online-Versammlung hatte. Aber in Absatz 2 dieser Vorschrift steht natürlich, dass bei der Durchführung der Online-Versammlung die gleichen Rechte ausgeübt werden müssen oder müssen und können, dass eben der Eigentümer sowohl das Rederecht als auch das Abstimmungsrecht ausüben können muss. Das bedeutet aber für die 80-jährige Wohnungseigentümer, der vielleicht gar keinen Internetanschluss hat, dass dem entsprechende Angebote unterbreitet werden müssen, damit er in Form der Online-Teilnahme eben auch physisch präsent eben seine Rechte wahrnehmen kann. Das heißt, die WEG muss jetzt nicht zwingend dem Eigentümer einen PC-Internetzugang zur Verfügung stellen, sondern es kann auch sein, okay, komm mit zum Verwalter, von dort aus kannst du daran teilnehmen. Oder man kann auch sagen, eine Lösung könnte auch darin bestehen, du gehst zu dem Nachbarn gegenüber, der auch Eigentümer ist und der den Zugang hat. Wie muss man sich das rein praktisch vorstellen? Ja, also das sind verschiedene Möglichkeiten, bieten sich da an. Und das ist eben auch bei der Vorbereitung der Beschlüsse muss eben schon darauf erachtet werden, dass abgefragt wird unter den Eigentümern. Wir wollen das Ganze beschließen lassen. Besteht für euch denn überhaupt die Möglichkeit, online teilzunehmen? Und das muss abgefragt werden. Und wenn dann einzelne Eigentümer sagen, nein, ich habe gar keinen Internetanschluss, dann müssen eben entsprechende Angebote unterbreitet werden. Und das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, wenn du damit einverstanden bist, kannst du zum Nachbarn gehen, kannst bei dem mit zuhören und da auch eben teilnehmen. Es kann ein Chatraum angeboten werden, das ist zum Beispiel bei größeren Eigentümergemeinschaften der Fall, dass man zum Beispiel da sagt, da hat man einen Computer, da können dann mehrere teilnehmen. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass durch diese Möglichkeiten, diese Hilfsangebote, die dann wirklich auch von der WEG, dem einzelnen Eigentümer, der die Möglichkeit nicht hat, unterbreitet werden, die gleichen Rechte ausgeübt werden können wie bei einer Präsenzversammlung. Das ist also ganz wichtig. Also nicht so wie vorher bei der Hybridenversammlung, wo man sagen konnte, okay, wenn du online teilnimmst, dann hast du kein Abstimmungsrecht oder kein Rederecht. Jetzt alle Rechte so wie in der Präsenzversammlung. Genau, das ist eben der wesentliche Unterschied zur Hybridversammlung, wo man ja sagen konnte, man kann die Eigentümerrechte auf einzelne Bestandteile entweder zuhören oder abstimmen oder ähnliches beschränken, weil man ja immer sagen konnte, parallel dazu findet ja die Präsenzversammlung statt. Wenn du damit nicht einverstanden bist, diese Möglichkeiten, die wir dir geben, online teilzunehmen, wenn dir das zu wenig ist, hast du jederzeit die Möglichkeit, zum Präsenzort zu fahren und an der Versammlung persönlich teilzunehmen. Und das ist ja gerade bei der reinen Online-Versammlung nicht mehr möglich. Da muss tatsächlich bei der Online-Teilnahme schon diese Eigentümerrechte, dieser Kernbereich der Eigentümerrechte, Rederecht, Zuhören, Abstimmen, das muss alles gewährleistet sein. Sonst wäre das Ganze, wenn das nicht passiert, wäre das Ganze anfechtbar. Jetzt hat der Gesetzgeber ja noch eine zweite Hürde eingebaut und zwar eine Präsenzversammlung einmal im Jahr. Was hat es damit aus sich? Ja, da hat er natürlich auch gesagt, das Ganze muss ich erstmal einspielen. Erstmal darf es nur für einen Zeitraum von drei Jahren beschlossen werden, mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Abgegebene bedeutet also nicht der eingetragenen Eigentümer, sondern der tatsächlich an der Versammlung Teilnehmenden, die das so beschließen. Also das wird jetzt so in der Literatur schon in den ersten Stellungnahmen so ausgelegt, dass nur die abgegebene Stimme Dreiviertelmehrheit erforderlich ist. Aber dann hat man gesagt, damit sich das Ganze einspielen kann, soll, wenn man es jetzt schon beschließt, bis zum Jahre 2028 parallel jedes Jahr immer noch eine Präsenzversammlung stattfinden. Also eine Art Übergangsphase, damit alle sich ein bisschen dran gewöhnen. Was passiert, wenn aus welchen Gründen auch immer, die Eigentümer wollen nicht, können nicht, diese Präsenzversammlung nicht stattfindet? Ja, also einmal gibt es noch die Möglichkeit, durch einen einstimmigen Beschluss davon, von diesem Erfordernis abzusehen. Also das kann man machen, wenn aber dieser einstimmige Beschluss auch nicht zustande kommt und trotzdem auch die Präsenzversammlung nicht stattfindet, hat der Gesetzgeber tatsächlich gesagt, das führt nicht dazu, dass die auf der Online-Versammlung gefassten Beschlüsse nichtig sind. Und die sind auch noch nicht mal aus diesem Grunde, dass keine Präsenzversammlung parallel stattgefunden hat, anfechtbar. Also einige Autoren haben schon gesagt, es ist ja eigentlich die Aufforderung zum Rechtsbruch. Also wir machen einfach die Online-Versammlung und das andere lassen wir einfach mal so, die Präsenzversammlung, weil Rechtsfolgen hat es ja nicht. Die Beschlüsse der Online-Versammlung sind weder nichtig noch anfechtbar. Okay, aber ich gehe davon aus, dass die professionellen Immobilienverwalter werden einfach sagen, wir machen einmal im Jahr diese Präsenzversammlung, wann wie auch immer, damit wir dem Erfordernis des Gesetzes einfach Rechnung tragen. Da gehe ich auch von aus, dass natürlich die WEG und sich der Verwalter Gesetzeskontroll verhält. Es kann ja auch mal sein, dass zum Beispiel eine geplante Versammlung dann aus welchen Gründen auch immer nicht stattfinden kann. Und wenn dann tatsächlich dieser Verstoß gegen diese Vorschrift zur Nichtigkeit oder zur Anfechtbarkeit, der auf der Online-Versammlung zu vorgeschaffenen Beschlüsse führen würde, wäre ja auch kein gutes Ergebnis. Okay, man kann die Beschlüsse hinterher in der Online-Versammlung nicht anfechten mit der Begründung, wir hatten keine Präsenzversammlung. Ansonsten können die aber so unnormale. Ansonsten muss natürlich wie jeder Eigentümerbeschluss den grundsätzlichen Ordnungsverwaltung entsprechen. Und insbesondere, wenn natürlich der Kernbereich der Eigentümerrechte, also dieses Teilnahmerecht, das Rederecht, das Abstimmungsrecht durch die Online-Versammlung ausgeholt werden würde, ist es ja genauso wie bei einem Ladungsmangel, wenn ich einen Eigentümer bewusst nicht einlade und er dann seine Eigentümerrechte nicht ausüben kann, wäre es natürlich jedenfalls auch anfechtbar. Das ist natürlich aus diesen Gründen, von der Versammlung selbst, wenn der Beschluss nicht ordnungsgemäß der Verwaltung entspricht, kann es angefochten werden. Wenn Eigentümerrechte ausgehöhlt werden, kann es natürlich aus diesem Grunde auch angefochten werden. Nur mit der Begründung, es hat parallel keine Präsenzversammlung stattgefunden, das wäre kein Anfechtungsgrund, weil der gerade durch das Gesetz ausgeschlossen wird. Wunderbar, Michael. Ich glaube, das waren jetzt die wesentlichen Punkte zur rein virtuellen Eigentümerversammlung. Kurz und knapp zusammengefasst. Ja, die Beschlussfassung wird natürlich ambitioniert werden, insbesondere die Vorbereitung der Versammlung, dass man eben wirklich die Eigentümer alle kontaktiert und sagt, braucht ihr Hilfestellung? In welcher Form werden die Hilfestellungen ausgeübt? Dann die richtige Software auszuwählen. Also wir arbeiten gerade daran, diese Beschlüsse zu formulieren, damit man dann auch rechtssichere Beschlüsse, die dann tatsächlich auch die Online-Versammlung ermöglichen, dann tatsächlich rechtssicher gestalten kann. Super, wunderbar. Michael, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für diesen kurzen Überblick zu dem spannenden Thema, was uns sicher noch die nächsten Jahre intensiv beschäftigen wird. Sicherlich. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Dann schalten Sie wieder ein, wenn wir beim nächsten Mal ein anderes spannendes Thema für den Immobilienverwalter behandeln. Dies ist ein Überblick. Zu Ihrem konkreten Fall fragen Sie Ihren Anwalt oder Groß. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, gerade zu neuen Themen, schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten finden Sie neben mir weitere Verwalter-Talks. Zu diesen und weiteren Themen gibt es weitere Informationen, Videos und Webinare auf levento.de. Schön, dass Sie dabei sind.